Da muss ich mal aufnehmen, wa? Der Tag danach sieht dann so aus. Nee, nee, Gina hat ihren Misttatsache weggeräumt. Genau, wir haben unter eine Kiste was zum Müll gestellt. Da hinten liegt ein ganzer Müllberg. Ist das krass, ey. Leck mir am Arsch, ey. Die Wiese, Alter, hier haben sie auch gebombt. Hier überall liegt das Zeug rum jetzt. Immerhin haben sie es auf dem Haufen gemacht, ne? Ja. Das muss man mal sagen, es ist ja schon mal auf jeden Fall ein leichter Vorteil. Ja, überall Batterien hier, alles voll. Alles voller Müll, alles voll. Wie man sieht, auch hier im Hinterhof sieht es nicht besonders gut aus, würde ich behaupten wollen. Wir gehen mal zu den Tischtennisplatten. Ja. Hier lohnt es sich aufzuräumen. Die ist nicht gestartet da, die Rakete. Ja, normal, normales Bild. So, Finn und Purdy gehen das jetzt mal inspizieren. Auf jeden Fall, was da los ist. Kann ja wohl nie wahr sein. Ja, die haben jetzt ja keine Mülltüte mit, sonst hätten sie es jetzt auch geräumt. Vielleicht hört man es im Hintergrund, hört mal genau hin, was hier für ein Lied läuft. Sound of Silence. Ja, Gina ist das gerade aufgefallen. Erste Gassi-Runde in dem Jahr und im Hintergrund läuft Sound of Silence. Ist ja eins der ersten Intro-Lieder, die ich genommen habe für Paradara. Ich weiß nicht, ob man es hört, es ist ziemlich weit weg. Der eine oder andere wird es vielleicht erkennen. Auf Silence. Auf Silence. Hallo, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. And the vision that was planted in my brain still in me. Das ist sogar, glaube ich, die Version, die ich genommen habe. Ja, das ist so ein bisschen diese rockigere Version. Krass, ja, was soll uns das wieder sagen, Leute? Was soll uns das wieder sagen? Das ist ja wieder ein kurioser Zufall. Dieses Jahr wird Paradara durchstarten. Hä? Wie mehr noch? Keine Ahnung, hat ja schon gut angefangen mit dem Silvester-Livestream. Ja, der Silvester-Livestream, der war einfach krass, Leute. Da nochmal danke an alle, die dabei waren, die bei uns zugeguckt haben. Und ja, nochmal ein schönes, gesundes neues Jahr gewünscht, ne? Genau. Und das sind keine roten Blumen da unten. Ey, Leute, komm, wir gehen da hin, wir gehen mal gucken kurz. So, und dann zeige ich euch nochmal ein Stück Parcours. Hier, guckt euch das an, hier ist alles die abgebrannten Batterien hier, die ganze Wiese ist voll. Und das ist alles hier diese Knaller. Und da hinten an der Bank seht ihr diesen riesen Haufen Müll. Und jetzt gehen wir da schnell mal Parcours machen und die Gina wird filmen, wie ich dort Parcours mache. Und dann könnt ihr jetzt hier gleich mal gucken, wie der alte Mann sich dort drüberwirft. Nicht nachmachen, ich kann es nämlich auch nicht. So, komm, wir gehen mal hier rüber zu den Stangen. Moment, ich bin gerade in Hundekacke getreten, das wird ja lustig hier bei dem Parcours. Oh ja, sehr schön habe ich das gemacht. Na ja, gut, na hoppsa, das funktioniert jetzt mit dem Parcours, nicht, dass ich wegrutsche. Ja, ist schon fast alles weg hier. So, die Gina muss filmen. Da hast du wohl recht, da hast du wohl recht. Ja. Cool, da kann ich hier noch die zweite Kamera nämlich hier hinkleben. Sieht ihr das? Ja, ja, das sieht man. Ich komme. Ich komme gleich näher. Ich gucke mal hier. Ja, das sieht man perfekt, wie ich dann hier rüberjumpe. Was ist denn das hier für ein Abstand? Meter. Meter, oder? Ja. Ja. So, erstmal die Kacke vom Schuh abmachen hier. So, dann hier ruf, dann geht man hier so rüber. Dann eigentlich ein Salto vorwärts, aber das ist mir hier zu hart. Und ein Salto vorwärts habe ich noch nie probiert, das muss ich tatsache mal irgendwann. Aber wir gehen jetzt mal eh mal zurück, damit es gut aussieht hier für alle. Das ist auch nass hier, das ist heute gefährlich. Wo ist denn? Und Jump. So, das war das erste Mal Parcours, Leute. Ja gut, das ist jetzt ziemlich schön. Du kannst mal über die Bank springen. Was kann ich machen? Über die Bank springen. Von hier anlaufen, da an der Lede festhalten und dann rüber springen. Eine Katze? Nein, eine Katze würde ich nicht gleich so gehen, vielleicht kalt ich. Ne, jetzt von da anlaufen und hier rüber springen. Naja, und dann festhalten und die Beine seitlich rüber. Oder ich kann hier von ganz hier rüber springen. Ich weiß es nicht. Dann hängen bleibt bis hin. Oder eine Katze. Warte mal, irgendwie macht er das so und dann schickt er sich so ab, ne? Ja. Mach das zum ersten Mal, Leute. Aber man könnte wohl so machen. Genau. Boah, das wäre fast ein Salto geworden, sonst ist so viel Sprung. Ja, das geht alles. Wir üben ja noch. Wir fangen das ja krass mal an. So. Da filmen wo die Kameras. Gut. Wir sehen uns. Weitere. Da. Ich scheld's. Ich schaue dich nicht. Wir sehen uns noch.